Ja, Manu, vielleicht hast du das ja auch schon mal gehabt. Oder weißt du darüber Bescheid? Den Chef hat er reingerufen. Uiuiui. Wichtig, ja? Dass er dich privat zu Hause anruft. Du hast ja Home-Office, ne? Ja, da war das wahrscheinlich. Da wäre eine Riesen-Ku... Eine Riesen-Packung und nur eine Kugel drin. Ein Armband. Das Geld. Oh, hier ist schon alles leer. Oh. Verdammt. Jetzt sind wir voll. Ja, müsste ein Weapon-Wheel haben. Wie müsste ein Weapon-Wheel haben? Lol, echt jetzt? Ein Weapon-Wheel? Hat mir das Spiel nicht gesagt. Hat mir das Spiel nicht gesagt. Hey, Manu, Level 3, herzlichen Glückwunsch. Also E gedrückt halten, meine ich. Zu erinnern bei manchen auch über V. Ja, okay. Ich drück mal E, ja? Sieht man das da unten nicht? Da im Stream? Dass da der Controller eingeblendet ist? Ne, ist die R1-Taste? Für Playstation-Spieler oder RB? Für die Xbox-Spieler. Wo hast du eigentlich den Chat eingebunden? Über Cup-Chat. Aber ich hab den noch ein bisschen modifiziert. Also über CSS habe ich den ein bisschen umgeschrieben. Wenn man da ein bisschen Ahnung davon hat, dann kann man das natürlich machen. Wie zum Beispiel das Broadcast-Zeichen ändern. Oder das Mod-Zeichen ändern. Die Schriftart, Schriftgröße, bla bla bla. Das war vermutlich kein Bug. Wahrscheinlich nicht, nee. Ich wusste ja nicht, dass ich ein Weapon-Wheel habe. Weil im Originalspiel hast du das ja nicht. Da hast du halt nur zwei Waffen. Ich hab mich jedes Mal gewundert, warum ich die Waffen nicht wechseln kann. Sagen wir mal jetzt hier bei diesen Prospekt, ne, liegt jetzt eine Schroflinte. Und ich hatte irgendwo früher dann schon mal eine Schroflinte eingesammelt. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, die Waffe ist ziemlich leer. Ich wechsle jetzt auf eine Schroflinte. Aber ich hatte die Option nicht zum Wechseln, zum Drücken, weißt du? Ich wusste ja nicht, dass man so ein Weapon-Mobil hat. Also so ein Waffen-Rad. Sicherlich. Makers and Takers. This week Maker ist ein Pfale und this week Taker ist Jimmy Ward. Immer diese Anprangerung war. Schon krass. Da, Suchong. Der Name, den ich Atlas nennen sollte. Ich kann dir nicht folgen. Anscheinend hat dieser Suchong das Restaurant Silverfin übernommen. Dort, dort war der Riss, durch den ich zum ersten Mal nach Rapture kam, als ich Comstock suchte. Bevor das hier ein Gefängnis wurde. Aber du warst 1960 zum ersten Mal in Rapture mit Bukka, als du Songwart ertrinkt... Mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja, das, das stimmt. Ich... Als ich alle Türen sehen konnte, gab es Sinn, aber jetzt... Ist es nur ein Wirrwarr? Elizabeth, du. Du blutest. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Gut. Wenn wir Suchong finden wollen, sollten wir im Silverfin anfangen. Ich kenne den Weg. Need to know, see the free men and free markets. Okay. Lass man gucken. Hm, hm, hm. Are you in the know? Oh. There has been a lot of idle talk from gat flies and naysayers following the nationalization of Fontaine futuristics. I believe in free men. and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was concocted from altruism. Now you know. Now you know. Now you know. Now you know. I've heard of it. mal gegoogelt, damit ich sicher bin. Du bist bei weitem nicht der Einzige, der sich fragt, wie man wegzüttet. Hier ist es auch eine Einstellung, weil ich hatte ja eingestellt, hier ab, äh, adaptives Training hab ich ausgemacht. Da kriegst du nämlich immer Tooltips, wenn irgendwas Neues passiert. Vielleicht hätte es mir auch das Spiel gesagt, hätte ich das nicht ausgemacht. Das Restaurant Silver Finn geschlossen auf Anordnung von Direktor, oh ne, Doktors. Was ist denn hier? Capitz Arrow. Mal überall nicht rein, weil wir überall Schockjogging nicht haben. Aber es ist gut, dass man jetzt Elisabeth spielt, ist nicht so gut, dass man ihre Power nicht mehr hat. Im Englischen wird der Circus of Wallis Automat vom Story-Macher selbstgesprochen. Äh, Kevin Levin, oder was er wieder heißt? Einen guten alten Kevin? Für anheben. Structures, Man of Steel. Also wenn so der Big Daddy drunter aussieht? Halleluja. Oh, was macht die da mit? Binderbänder. Hier war ich auch. Gleich nach meiner Ankunft. Ich brauchte was zum Anziehen, das ein bisschen besser zu Rapture passte. Ich soll es. Amir, das System ist. Ich habe das Binderbänder. Amir, das Dauder. Weißt du es noch gar nicht? Plasmide gibt es jetzt auch zum Trinken. Zum Trinken? Was will ich sagen? Geil, ne? Plasmide gibt es jetzt auch zum Trinken. Wo ich mir dachte so, what the fuck. Im ersten und zweiten Teil musste ich die Dinger noch mit Spritzen reinziehen, ey. Tja, solche Bücher gab es in meinem Turm nicht. Ja, sieht schon ein bisschen aus wie Cinder Cohen, ne? Ist aber eine Frau. Ich habe immer gedacht, der hatte ja wirklich so einen Schnurrbart, ne, der Cinder Cohen. Der sah ja auch immer so aus, aber hier im Episode 1 siehst du ja so eine Nahaufnahme von den Typen, weil er ja so richtig schön nah rankommt. Dann siehst du erst, dass der Schnurrbart nur aufgemalt ist. Ich habe immer gedacht, der wäre echt. Seine Frau, es ist ein Mann, es ist Gender Bender. Peng, peng, tot ist er. Noch nicht, noch nicht. Noch leben wir. Willkommen im Rapture's Puff. Ach, das ist ein Puff. Oh, sehr schön. Muss ich mich ganz genau angucken. Hallo Mike. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Und eher Fleischklops. Ja, ich glaube auch. So sieht der leider nicht da drunter aus, ne? Das stimmt. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Vandalen sind Parasiten. Ich habe es dazu nicht auch ein Trivia? Wegen diesen XXX. Das Pseudonym für Sex ist ja XXX, ne? Aber dieses Pseudonym kam, glaube ich, erst in den 80ern oder so. Hat irgendjemand mal, ähm, recherchiert? Ja, ja, da gibt es da irgendwie so Funfacts oder sowas über Bioshock. 10 Funfacts, Bioshock 1 oder sowas. Oder 15 Funfacts oder so. Und da wird das zum Beispiel aufgegriffen mit diesen... Gibt es ja auch bei Bioshock 1, gibt es ja auch einen Lagen mit XXX. So überm Eingang. Und da hat er gesagt, dass dieses Pseudonym XXX für Sex halt erst in den 80ern oder so kam. Oder in den 70ern. Also weit nach Rapture. Und dass das dann halt keinen Sinn macht, so story-wise mäßig. Obwohl das da steht. 25? Verehrte Dame, ich habe Ihren Brief bezüglich unserer neuen Spannerplasmide erhalten. Hier meine Antwort. Pech gehabt. Wir sind hier in Rapture, Miss. Was meine Kunden mit meinem Produkt machen, ist Ihre Sache. Wenn Ihnen unwohl ist, können Sie die Wände Ihrer Wohnung ja mit Blei auskleiden. Wenn Sie möchten, nenne ich Ihnen gerne einen verlässlichen Händler. Was wirklich? Ach, hier kommen gerade MPCs. Quatschen. Brieftasche durchsuchen. Sie sehen nicht mal die Brieftasche. Wo sollen die sein? Nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Es ist nicht zu lange für eine Ausbildung. Ich bin dabei mit einer halbnackten Brust. Ja, nice. Oh, was ist das? Oh, das ist was Neues. Das ist ein neues Plasmid. Kennen wir noch nicht schon. Ich brauche auch eine Peepshow. Na gut. Employees only. Ist cool gemacht. Dieser Effekt. Diesen Effekt gab es, also nicht mit diesem Zeichenstil, aber dieses Lockpicking. Von wegen, dass du da diese Stifte hochziehen musst und sowas. Das gab es auch bei Elder Scrolls, Oblivion. Im Skyrim gab es das leider nicht mehr. Hätte mich aber gefreut, wenn es das da überlebt hätte. Dieses Prinzip. Gibt es aber leider nicht. Heizband. Wollen wir uns umziehen? Dürfen wir nicht. Schade. Was ist das denn? Wie oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten. Ich bin von meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut. Aber das allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen. Aber irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht. Klar, es ist altmodisch. Sogar noch mit Korsett. Der heutigen Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Wenn ich es könnte, würde ich X drücken, damit die das anzieht. Weil wir haben ja dieses komische Schwarz-Weiß-Kleid an. Das passt ja nicht wirklich zu Elisabeth. Warum sollte ich hier nochmal einen Lockpick ausgeben, wenn ich irgendwo auf der hinteren Seite wieder raus kann? Sobald ich mir das Ding reinziehe, kommt garantiert unten ein Gegner. Knowledge-Spiel. Wie heißt das Ding? Nimm Spanner. Im Pieping Tom heißt das. Okay, dann nehmen wir mal den Spanner. Oh, ein schöner Rücken kann auch entzücken, ne? Also, mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen. Oder falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln. Okay, drücke LT während du stillstehst, um Gegner durch die Wände zu sehen. Okay. Wo ist hier? Oh, wie lange bleiben die jetzt? Wie immer? Ne, so lange, aha, okay. Das klang irgendwie seltsam. Wo bist du hin? Ich hab gesehen, wo du hin bist. Und es bloß... Nahkampfangriffe betäuben Gegner, die dich bemerkt haben lediglich. Versteck dich also, bis sie die Suche aufgeben. Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Drücke um... Aha. Jetzt den Hilfekasten nutzen. Ich spür mal auf, nirgends. Ich finde das Spiel sehr schwer. Im Gegensatz zum Infinite, finde ich das sehr schwer. Wenn du so glaubst, Bruder, dann werde ich nicht derjenige, um dich zu bemerken. Ja, die Leute bekommen immer große Augen, wenn ich hereinkomme. Splicer, mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen, oder falls nötig unsichtbar werden und sie über Rumpeng. Ja, aber wie werde ich unsichtbar sehen? Ja, ist klar. Und ich kann durch Wände gehen, ja? Ja, lass mich mal durch hier. Hallo? Wand? Wand? Hallo? So. Wir klingen die Ohren. So leicht kommst du nicht aus dieser... Hm, okay. Hä, da hieß doch, ich kann durch Wände gehen. Ich... geh nicht. Mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen, oder falls nötig unsichtbar werden und sie über Rumpeng. Ja, manche von den alten Nummern haben Staub angesetzt. Aber ich arbeite gerade an etwas Neuem. Was meintest du vorhin, als du sagtest, du warst in Paris? Es war nicht wirklich Paris, es war mehr... Es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Und ich war wohl nicht wirklich glücklich dort. Wir wären alle besser dran, wir de Witts, wenn wir uns nicht immer einmischen müssten. Wir de Witts, ist okay. Egal, hat ja irgendwie funktioniert, aber... Ist das ganz schön viel, muss ich sagen. Ich glaube, dafür gibt's noch ein Upgrade. Um die Kosten zu verringern oder so. Ich sehe doch furchtbar aus, furchtbar! Warum ich zweimal an die Tür klappe? Dann ist drinnen und alles in Ordnung. Natürlich stellt sie sich jetzt genau so hin. Mit der Balken eigentlich auch wieder weniger? Nee, ne? Oder? Ach doch jetzt. Aber mir ist sicher. Gut siehst du aus, machen wir ein bisschen Make-up rauf hier so. Am besten gleich auf die offene Wunde. Kleiner Gameplay-Trick am Rande. Du sollst eventuell auf dem Boden achten. Wenn dort Scherben oder Wasser sind und die durchläuft, machst du Geräusche und sollst du es plötzlich hören. Ja. Das hab ich tatsächlich auch schon mitgekriegt, aber ich seh das irgendwie gerade nicht so wirklich. Also klar, Scherben hab ich bisher noch gar nicht gesehen auf dem Boden. Willkommen im Zirkus der Wert! Aber ich hab das schon mitgekriegt, ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo was kaufen sollte. Drei Schuss? Für neun Dollar? Mal teurer! Vor allen Dingen, jetzt kann ich hier auch nur noch sechs Schuss mitnehmen. Der Hecke. Fünfzehn. Ja, ne. Bist zu teuer, Kumpel. Bist viel zu teuer, Kumpel. Ne, 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 lass mal. Ja. Aber dann müssen wir halt mehr auf Eve und sowas gehen. Eventuell Salze kaufen oder Eve kaufen. Müssen wir das so machen. Ne, das ist kein Problem, ist schon okay, Mann. Aber irgendwie hab ich's bisher noch nicht gesehen. Ich hab's immer nur gehört, so dieses Knirschen, ne. Man hört's ja. Ist ja nicht taub. Aber gesehen hab ich's bisher noch nicht. Ein blauer Stück öffnet das Schloss und du hetzt einen kleinen Krachmacher. Guck mal, jetzt kommen auch diese Informationen, wirst du? Jasmin Emeschina sagt, die Inflation hat Ratsche erreicht. Alles wird teurer, sogar das Töten. Skandal. 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 Hallo Mädchen, einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Du hast einen Krachmacher erhalten, rüste ihn aus und schieße ihn auf die Fenster rechts, um die Splicer von dir abzulenken. zu lenken. Ja und jetzt Chok-Chokki, ne. Am besten. Ich hab dir nicht erlaubt zu gehen. Und jetzt so. Um auf all deine Waffen zuzugreifen können, halte RB gedrückt. Guck mal, jetzt kriegst du hier auch die Info, ja. Oh. How nice. Ah, so macht man Quick Slots. So macht man die Quick Slots. Es hat geläutet, das war's für heute. Ich hoffe, alle haben etwas daraus gelernt. Was bleiben die da drüben, oder was? Kinderstar. Kinderstar. Ich bin ein Star. Das stimmt doch was nicht. Jeder will irgendwas von mir. Aber der hat mich gerade nicht gesehen. Hallo, nicht hängen bleiben, danke. Das stimmt. Freitag der 13. Deswegen ist das Spiel heute so schwer, wa? Die Splicer. Splicer. Und einfach durchgehen. Nein. Geh euch einfach durch. Achso, ich war schon jetzt gefunden, markiert. Okay. Ah. Okay, okay, okay. Alles klar. 100% easy. No, noch nicht. Jetzt bleiben die da auf der Richtung, Leute, wa? Ich freue mich. Ich muss die gar nicht mehr anrufen. Doch. Und daran habe ich mich gehalten. Jetzt hänge ich eben die ganze Zeit vor ihrer Wohnung. Achso, das ist nicht mehr. Ich bin einer Läger in Schuhe. little or soul. Vi, das ist aber eine Menge Konkurrenz. Und sie sind alle so hübsch. Aber ein Mädchen wird ihr wohl noch träumen dürfen, oder? Ich hab' gesehen, was du getan hast. Das ist nicht lustig. Habt ihr das gesehen, wie ich die Puppe aus der Kiste genommen habe? Nein. Okay, mir steigt gerade ein Gefühl auf, wo ich sage, das fühlt sich gerade nicht wie ein Bioshock an. Das fühlt sich gerade nicht wie ein Bioshock an, mit diesen Bleichen und so. Und mit dem Verstecken und Wegrennen und so. Das fühlt sich nicht gehören, muss ich sagen. Zeug aus. Ehrlich ist sehr auf Schleichen ausgelegt, das missfällt vielen. Ja, missfällt mir auch gerade sehr stark, tatsächlich. Bei Bioshock ist für mich ja Plasmide, rumballern, alles wegrotzen. Und nebenbei so ein bisschen Story über irgendwelche Musikbänder, weißt du. Rapture, das Tor in deiner Zukunft. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Und jetzt? Bist du wie alle anderen. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Immer so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist, hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu, ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Ja, da gebe ich dir recht, München. In anderen Spielen hat so ein Bruch besser gepasst, definitiv. Ja, ich weiß nicht. Also, wir können es ja mal gerne ausprobieren, Mann. Ich kaufe mir mal so einen richtig krassen, tollen Revolver und fieße den mal da mit in den Kopf. Mal gucken, ob das überlebt. Also, die überleben das hier. Das kann ich hier schon mal sagen. Jetzt Agro, der Typ. Macht der irgendwas? Nein, 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 das ist kaputt. Ja, ich muss nicht sagen. Aber das kann ich mal sagen. Ich habe heute nicht mehr zu spüren, aber der Typ ist ja nicht aufzunehmen. Wird es nicht überleben, wenn er keinen ausgebildeten Schütze wie Bukas ist? Ich habe denn eine Frau, die gerade in der Natur hat? Zum ersten Mal eine richtige Waffe in der Hand. Achso, deswegen wird dann aus dem waschechten Revolver nur eine kleine Piff-Piff vorlauert. Was heißt unlogisch? Aber sie würde sich der Situation anpassen. Meinst du nicht auch? Aber GZ zu Level 4. Herzlichen Glückwunsch. Im Kingdom Come Deliverance spielst du einen in einem DT auch eine Frau, oder was? Dass der Fokus kein Kampf ist. Ja, aber muss schon sagen, also Bioshock ist halt nur ein Ego-Shooter und kein Stealth-Game. Das darf man halt aber auch nicht vergessen. Also Bioshock ist nun mal ein Ego-Shooter und kein Stealth-Game. Und deswegen sage ich, es missfällt mir, dass Elisabeth hier voll rumstealthen muss. Fällt mir nicht. Gefällt mir einfach nicht. Ich werde es trotzdem spielen, aber es gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, ich merke das auch, dass die versuchen, hier mit den DLCs, also mit beiden DLCs, die Story komplett abzurunden und abzuschließen. Also, das merke ich auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser DLC mit Elisabeth hat mir am Anfang sehr gefallen, weil ich dachte so, ja geil, jetzt kannst du mal Elisabeth spielen, ne? Dann ist es dann, ja okay, hast halt deine Kräfte verloren. Ja, okay. Dann ist es halt so. Und jetzt heißt es, oh, du musst die ganze Zeit durchstehen. Jo, Ingo, danke für den Look und viel Spaß. Aber ich bin jetzt gerade schon an dem Punkt angekommen, wo ich mir sage, okay, ich spiele das einmal durch und danach ruhe ich das nie wieder an. Weißt du? Ist so wie Infinite, der Hauptteil würde ich in drei Jahren nochmal spielen, sozusagen, ja? Aber diesen DLC würde ich wahrscheinlich nie wieder spielen, also. Einmal und nie wieder. Der Big Daddy greift alles an, was er sieht, die Elisabeth kann ihn nicht töten und dann war das Bruch weg. Jetzt gucken. Was ist denn noch was? Ach, man sieht sogar Kisten, die man denn looten kann? What? Okay. Interessant. Ohne dieses DLC sind die Spiele einfach nicht fertig. Ja, aber die könnten ja auch den vierten Teil rausbringen und dann das Spiel fertig machen. Oder die, dieses Universum. Oh, der ist mir aber schnell. Ich habe gelegentlich diese oder jene Hand geschmiert. Na und? Hier wurde gesagt, freies Unternehmertum sei hier willkommen. Der hohen Sohn hat unterschrieben. Ich habe ihn geknackt. Nein, den Check habe ich noch nicht. Aber er hat unterschrieben. Hat er echt gedacht, ich kann den Big Daddy so für eine halbe Minute übernehmen oder so und dann macht er hier alle pleite, aber das waren ja gerade mal drei Sekunden oder so, was er geschafft hat. Nix. So. Das ist Nummer 1. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? Was ich halt richtig kacke finde, ist, warum geben sie dir denn überhaupt Waffen? Sollen sie es doch so machen, dass sie dir einfach keine Waffen geben, wenn sie nicht wollen, dass du sie benutzt? Wozu habe ich eine Waffe, die keinen Schaden macht? Sie kann fighten. Es ist nur anstrengend und schwer. Gehen wir aus dem Weg, er wird dich fighten. Du kannst ihn... Ja. Ja, er stand ja auch gerade da, dass er mich töten würde. Kann denn keiner mal diese Sitze zauber machen? Ja, was ist denn mit diesen inoffiziellen Nachfolger? Kommt da nicht auch irgendwas? Drücke B in der Luft, um geduckt und leise zu landen. Der super funktioniert. Komm zurück und mach das sauber! Oh ja, super leise. Bin ich auch jemanden überraschen? Blöde, du bist auch gar nicht so schwer. Ich habe immer ein Nachgesehen. Haben sie dich alle verdrückt oder was? Ach du schlägst du Spät schon. Geht da unten einfach irgendwo rein? Ich muss das ja so machen. Jetzt ist es so lange am Haken, ich habe es auch schon gemerkt. Hat ja angefangen rumzuknatzen. Tür aufhören. Ich bin anscheinend nicht die Erste, die herein will. Wenigstens gibt es eine Spur. Ich kann ja in einem Weg einen Silber finden. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ich muss dich am Leben reißen. Ich muss dich am Leben reißen. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich mich ja noch damit anfreunden. Aber dann würde ich gerne meine Waffe holstern. Wir sind bereit für eine Platte und einen Auftritt zu. Er sagte, er würde sich melden. Weißt du? Aber dann würde ich gerne meine Waffe holstern können. Dadurch, dass ich ja die ganze Zeit die Waffe in der Hand halte, fühle ich mich schon ein bisschen badassiger. Wenn man das so sagen kann. Aber wenn die Waffe eigentlich nichts bringt, warum soll sie denn eigentlich die ganze Zeit angezeigt werden? Blauplan? Jemand muss ihn erwischt haben, als er bei Suchong einbrechen wollte. Hm. Was ist das? Ja, vor allen Dingen. Schränk bewegen. Scheinbar. Jupp. Aber wie viel Schuss haben wir denn da? Naja, geht eigentlich. Silence? Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Du bleibst schön hier. Nein. 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 Ja, das war ja in jedem Teil schon so, ne? Das tun sie aber in jedem Teil nachspawn. Das ist Beherrschung. K.O. Upgrade. Jetzt musst du die Dinger auch noch finden, oder was? Beherrschung. K.O. Upgrade. Lass Gegner ohnmächtig werden, sobald der Effekt aufhört zu wirken. Warum töten sie sich nicht selber? Ja. Ich bin ja auch immer abgeschwächt, ne? Unsinn? Ja, ja. Ich war schon am ersten DC, dass du wenig Ammo hattest. So was kann man nicht kaufen. Aber im ersten, also Bioshock 1 und Bioshock 2, wenn du da bestimmte Bereiche gemacht hast, die waren dann halt dann ewig leer. Aber wenn du dann zum Beispiel irgendwann später nochmal wiedergekommen bist, waren dann halt wieder neue Gegner da. Ja, du bist zum Beispiel durch irgendwas durchgegangen und dann bist du weitergegangen im Abschnitt B und dann bist du wieder zurück zu Abschnitt A und dann waren wieder neue Splicer da. Die hören das Wasser aber auch ziemlich weit, ne? Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, ich meine, die laufen ja noch andere Splicer rum. Aber wenn die denn durch irgendwelche Pfützen laufen, dann reagiert wahrscheinlich gar keiner drauf, wa? Man könnte vom Boden, wenn das so sauber ist, der. Schneekugel? Ich denke, das ist das, äh, wo ist es angeguckt, ja, ne, hauptlich. Schön, ja. Er kriegt immer so Rückblende vom ersten, zweiten oder dritten Teil. Ne, bisher immer nur vom ersten und zweiten Teil, ne? Das ist nicht mein Kumpel. Aber er hat unterschrieben. Atlas ist nicht mein Freund. Kretiz. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles weitere, wenn wir mehr wissen, worum geht es da? Optional, finde alle vier codierten über Enttragungen. Vier Stück. Eine optionale Quest, Leute. Na, wir wissen ja alle, was das bedeutet, ne? Wenn wir natürlich versuchen, zu knacken. Frage ist nur, ist alles hier oder ist auch irgendwas... ...medall jetzt. Das ist ja natürlich immer die Frage, die man sich stellt. Ah. Ja, die Respawn auf jeden Fall. Ja, selbst wenn Ellie die töten würde... ...ääh, die spawnen die irgendwann, also. Von daher. Ja, aber nur, weil ein Zweck, äh, weil ich ein Zweck erfülle, ne? Ich bin ja gesagt, wir wissen, wie wir wieder nach Rapture kommen. Über Su Chong. Und er will zurück nach Rapture. Und er will zurück nach Rapture. Tschau. Okay, wir haben angefangen. So, Test Drive. Okay, gehen wir mal in den Test Drive. Wir waren ja jetzt bei der Medizin. Oh, weißt du, was kommt? Wir versuchen erst mal, die Leute zu... Okay. So, wie viele haben wir denn jetzt noch? Nur noch Einer? Und der Big Daddy ist, glaube ich... ...ist, äh, gebackt, ne? Ja, okay. Der Big Daddy ist gebackt. Der Big Daddy sollte da rumlaufen, ja. Ja, das sind die schön bemalten Fingernäge von der schönen Elisabeth. Die haben mich ja wahrgegriffen, halt der Popel, ey. Ja, die haben sich, äh, den Platz geteilt. Ist er noch aggro auf mich? Das ist die eigentliche Frage. Oder ob er mich im Ruhl ist. Durch die Box durch. Guck mal, wie sie das Ding schwingen muss, ne? Mit beiden Händen. Mit beiden Händen. Aber die Haut mit dem Ding durch die Holzkiste durch. Schon mit. Aber ein Revolver, weißt du? Der 454er Magnum. Noch eine schiffrierte Nachricht. Versuch, Su Chong, das Ass im Ärmel abzunehmen, gescheitert. Ryans Sicherheitsdienst tötete drei unserer Männer. Müssen andere Möglichkeit finden, an das Ass zu kommen. Fünf. Ab nächstem Jahr im Handel. War ja klar. Big Daddy hypnotisieren. Nächstes Jahr. Oh, das gibt's noch nicht. Schade. Fünf Lockpicks. Dann sag ich mal her. Was mit benötigt. Peterchen Frost. Schön. Bin ich auch noch zu früh hier, ja? Jetzt bin ich auch noch zu früh hier, ey. Jitter? Atlas, he's looking out for you. Mhm, naja. Der Sichi. Okay. Oh, das sah ja mal cool aus. Okay, jetzt haben wir erstmal alle Splizer hier unten weggeklatscht. Vielleicht kommen bald wieder neue, aber erstmal sind sie weg. So, was mich jetzt natürlich trotzdem wundert ist, ist sie jetzt aggro oder war da jetzt gerade nur aggro, weil... der Splizer hier unten drinnen war, okay. Okay, da war nur aggro oder der Splizer hier unten drin war, okay. Okay, 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 okay. So, dann mal hier, Service Bay. Geh, mal gucken. So, nun schluss. Bei Lockpicks. Habe ich gerade, so. Ich habe immer erst gedacht, so Krachmacher, okay, dann macht das Schloss irgendwie Krach, ne? Oh, das ist ja gar nicht so. Das Schloss macht ja gar keinen Krach. Wir kriegen nur Munition. Krachmacher-Munition kriegen wir. Oh, das sieht auch cool aus. Diesen Wassereffekt ist schon nice. Der Wassereffekt ist eigentlich super simpel, ne? Wenn man weiß, wie das funktioniert, ist ja super, super simpel. So, bevor wir jetzt da lang gehen, würde ich gerne zur Manta Bay Lounge. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. War nicht irgendwo noch dieses Eis? Da wollte ich eigentlich hin. Ja gut, dann ist es erstmal die Lounge. Gucken wir uns hier erstmal um. Danach gehen wir noch zu diesem Eis-Ding. Da ist mein Upgrade. Da haben wir noch eine Kiste. Interessant. War gar nicht. Superinteressant, dass man das so sehen kann. Ich finde das richtig geil, dass man da auch die ganzen Wohnen und so sehen kann. Das ist richtig gut. Bild mir. Was ist die Munition? Also, du robierst nicht.